Gummi ist für Streber, let's go. Herr Kapusi, ich liebe sie, wegen ihnen habe ich Quali geschafft. Kuss auf Nuss. Ich wurde mit meiner Cousine in Toilette gesteckt und gehauen alle, und uns wurde mal ins Mund gespuckt. Also ich mag die Schule schon, es gibt viele nette Lehrer. Und vor allem Herr Pröschel ist geil. Schule ist heruntergekommen und oft zu wenig gutes Personal. Sehr krasse Schule, man hat oft Stress, aber gute Lehrer, am besten Frau Schneider, Kuss auf Nuss. Tschüsschen, du Nüsschen.